Genetik und wir wollen im Rahmen der Genetik ein Experiment machen zum Klonen. Dazu brauchen wir jemanden, der sich zur Verfügung stellt, ein Versuchsobjekt, wer würde denn das mal machen? So, wir haben Klonen schon mal mit Mäusen probiert, es hat gut geklappt. Machen wir mal versuchen, ob das hier auch geht. Ich entnehme mal hier ein A, das geben wir hier an. So, wir haben hier ein A, das geht. Aber ich glaube, fürs erste Mal kann man schon ganz zufrieden sein. So, wir haben hier ein bisschen Mode gemacht. Was ist die Rache? Was ist die Rache? Wichter! Was ist das? Wichter! Vielen Dank.